Dort müsste ja, weil logischerweise, irgendwas feindliches sein. Ähä. Vision von Schatz, aber Traurigkeit. Das heißt bestimmt, wenn du da lang gehst, wirst du sterben. Parieren und dann Sieg. Nichts, was kommt? Hm. Hm. Ich hätte jetzt mit irgendwas... Ah, hi. Was machst denn du in nem... Komm mal näher ran. Los. Was machst du in einer Villa? 700. Menschenbild. Kommen hier ganz viele davon. Platz für die Fackel. Ohne Fackel ist das doof. Das da sieht nach Skelett aus. Das sieht nach Truhe aus. Ist das Fackungsschabe? Das ist sehr schön. Was gibt's hier drin? Ach, gar nichts. Woran ist der Sturm? Okay. Heißt, hier drinne kommt irgendwas. Schreinbare Wand, Versuchzunge. Hä? Versteh ich nicht. Seelengefäß. So. Hä? Versteh ich jetzt nicht. Was kann ich denn mit dem Seelengefäß machen? Ist ja echt schön. So, gucken. Ermöglicht mir das, da durchzugehen? Nein. Hm. Eine rostige Münze verballert. Aber nicht so schlimm. Es kann gar keine Tür sein. Das geht gar nicht. Warum sterben hier so viele? Ist doch überhaupt nicht. Hm. Ich komm hier mal mit der Fackel rein. Schweine. Macht mir nicht so eine Angst. Erschreckt mich nicht so. Immer diese Rätsel. Wer soll denn die lösen? Na komm. Lauf ein bisschen schneller. Los, lauf. Ich will meinen Fackel entzünd. Fackel entzünd. Genau. 35 Minuten Fackel. Lauf, 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 lauf. Los, schneller. Ich kann mit der Fackel blocken. Oh, hallo wieder. Du hast es geschafft. Ach so. Ach. Was ist denn eine Karte? Natürlich. Geh einen guten Blick. ...und noch mehr Flamen haben geschehen. Ich weiß nicht, was es umsonst. Nein Okay, so mache ich die Verkäufe aus. Das ist gut. Gut zu wissen Ja, habe ich Na dann Ja, was soll ich jetzt hier? Hurra für Hinterteil. Versuch Drache Hm. Hm. Öh. Check ich nicht. Aha Ja, ich würde nicht weit weg in diese Schuhe Es wurde blockiert von einer Wand, etwas gebaut lange vor Aber es war schrecklich, und ich habe es geschafft. Jetzt ein feueres Geräusch im Hintergrund Ja, habe ich Du siehst die Flamme. Sie sind nicht da, wenn ich nicht... Es scheint, dass es nicht... Ich werde ihn nicht noch mal runterrollen. Nehme ich noch Schaden und sterbe. Hier drin ist die Katze, oder? Hi Katze! Du hast doch ein ziemlich guter Zeit. Okay, gut. Ich hätte jetzt sein können, dass da... Ich glaube, nichts scheint zu tun zu tun. Soooo... Wo ist der Schmied? Da vorne. Ich kann meinen... Stab weiter aufwerten. Glaube ich zumindest. Ne, das hier. Sehr schön. Sehr schön. Ist das eine Schmied? Hier. Um Licht zu sehen. Obwohl es feucht. Soooo... Wo geht es jetzt hin? Genau hier geht es jetzt hin. Was kann ich hier verbringen? Menschenbild. Was bringt das noch gleich? Hm. Achso, gut. Sehr schön. Wir wollen ja keine Menschen haben. Wir mögen ja Menschen nicht. Gut. Der ist weg. Der ist noch nicht weg. Jetzt fängt das schon wieder an. Ah komm. Komm ran. Los. Mach was. Eins. Zwei. Wow. Das macht so keinen Schaden. Komm mal rüber. Komm mal runter. Huhu. Ich mach mehr Schaden als vorher. Weg weg weg. Huhu. Ich glaube knapp. Ist das nervig. Los. Mach was. Los. Mach was. Wenn das so weiter geht. Wenn das so weiter geht. Hier habe ich nach. Drei Gegnern keine Seelenpfeile mehr. Muss wieder zurück zum Läufler. Und das so lange, bis die Gegner irgendwann nicht mehr wieder kommen. Oh. Komm. Oh. Nochmal. Los. Komm. Schlag mich. Los. Tod. Ab nach oben. Da sind auch so viele Finder. Ich möchte da rein. So. Genau. Und rüber hier. Der Block wenigstens nicht. Da hinten ist er. Komm. Ist echt gut. Unpraktisch. Los. Komm. Hm. 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 Die kommen nicht. Ist praktisch. Ach doch. Da kommen sie. Hm. Warum auch immer jetzt auf einmal. Dass ich den noch getroffen habe. Grenzt einen im Wunder. So. Einer darf gehen. Danke. Kenn ich das noch? Immer rechts rum. Los. Schlag mal. Was denn du da? Nicht links. Eigentlich war die rechts rum. Aua. Das tat weh. Eins. Zwei. Und. Drei. Ein. Anders. Eins. Fünf. Sechs. Ich kann doch hier nichts sparen. Istos verschwendet. So viele Seenpfeile verschwendet. Nicht schön. Na, komm ran. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Trifft doch einfach mal besser. Geht doch. So, was gibst du? Du brauchst nur blauer Apfel. Oh, ich möchte nur einen. Einen, hab ich gesagt. Könnte nicht zählen. Okay.